Magisches Schloss! Hallihallo, ich bin Sirene. Ich füttere hier ein paar Fische. Macht voll viel Spaß! Oh, hallo! Was machst du denn da? Oh, hallo, Meerjungfrau. Ich füttere die Fische. Hast du vielleicht auch Lust auf irgendetwas? Ja, schon. Gerne. Bitte sehr! Oh, danke schön! Hey, ich hab auch Hunger! Ah, das ist Jan-Hai! Ich hab Hunger! Hey, gibst du mir was ab? Ah, da hab ich dich! Ich hab Hunger! Okay, hier hast du ein bisschen Fischfutter. Aber bitte niemanden erschrecken! Ah, ich hab mich so sehr erschrocken! Oh je, oh je, oh je! Komm her! Du musst dich etwas berühren! Komm! Einatmen! Ausatmen! Oh je, oh je, oh je! Du bist ganz schön gestresst! Du musst dich entspannen! Ich weiß nicht, wie ich mich entspannen soll! Ah, ich muss dir was entspannendes geben! Oh, das hier! Schau, das ist ein Anti-Stress-Squish! Oh, schön zum Kneten! Wenn du meinst! Das entspannt mich gar nicht! Okay, okay, okay! Ich geb dir dann dieses Ding hier! Oh, schau! Voll entspannend! Äh, okay! Äh, 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 noch einmal! Äh, 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 äh! Oh nein, das ist gar nicht entspannend! Äh, okay, wie du meinst? Äh, wie wär's denn mit einem Pop-It? Eine mene Mist, es krabbelt in der Kiste, äh, das hier! Schau, das funktioniert wie eine Luftpolsterfolie! Ach, das poppt man! Hopp, hopp, hopp! Hier, probier mal! Äh, na komm schon! Äh, ja! Äh, 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 das ist voll blöd! Äh, äh, gefällt mir gar nicht! Okay, okay, bloß nicht noch mehr stressen! Ich hab's! Wie wär's denn mit einem Slime-Bad? Oh, schau dir das an! Wow! Hm, so! So, setz dich rein! Mmh! Hmh, mh! Hmh, fühlt sich toll an! Uh, gleich wirst du dich entspannen. Und so. Oh, fühlt sich richtig cool an. Na siehst du, ich habe doch gesagt, es würde dich entspannen. Ja, total. Hey, was macht ihr denn da Schönes? Hallo, wir machen hier ein paar Slime-Wannen. Wollt ihr mitmachen? Ja, total. Klar. Wow. Oh, das sieht ja cool aus. Habe ich noch nie gesehen. Na, setzt euch mal rein. Mh, fühlt sich toll an. Eindeutig. Und? Zudecken. Mh, fühlt sich so entspannend an. Oh ja, gefällt mir total. Na, ich habe euch doch gesagt, dass das voll toll ist. Hey, kann ich auch mitmachen? Hallo. Hallo. Na, war klar doch. Setz dich in unsere Wanne. Oh, hui. Das fühlt sich ja toll an. Haha, so klebrig. Haha. Wow. Na, wer hätte denn gedacht, dass Slime so entspannen kann? Oh, ich zeige dir, was gleich noch entspannender ist. Kommt mal mit. Ui. Haha. Wow, voll toll. Na, ich will auch. Haha. Klasse. Freut mich, dass es euch gefällt. Und du? Wie entspannst du dich? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi, tschüss. Tschüssi, tschüssi, tschüssi.